Referieren Nur ist das Problem, dass ich dafür wohin müsste, wenn ich sicher bin will, dass sowas nicht noch mal passiert. Okay, ich werde wahrscheinlich auch nie wieder diesen blöden Fehler machen, aber ähm das habe ich schon mal gesagt. Jaja Ich weiß natürlich jetzt eine sehr blöde Situation, weil ich keine Ahnung habe, wovon ich rede. Mhm, indeed. Tatsächlich, oder? Ja. Welche Richtung laufe ich denn überhaupt? Ähm Ja, in die Richtung ist safe, okay. Ach du heilige! Nein! Ich weiß, warum das Konvertieren der Welt so lange gedauert hat. Hm? Es gibt Alpha-Bäume! Au! Ach, die, die, die... Stimmt, ja. ...den Laub, ne? Ja. Ja, den bitte dann... Ja. Ach du meine Güte. Die kann ich jetzt ja nicht abfällen. Wieso ist hier überhaupt das Gras so hässlich grün? Das ist eher gelb. Wie gibt's Bione? Wenn ja, steht hier nichts, was das für ein Bione wäre. Ich laufe jetzt einfach mal in diese Richtung. Hat natürlich kein Zeug dabei, um eventuell wieder nach Hause zu finden. Alter, wie viele... Okay, ich glaube ich kann ein paar von diesen Alpha-Bäumen definitiv abfällen. Ich hab genug davon. Meine gesamte alte Welt wurde... Was ist hier vorne? Also, meine gesamte alte Welt wurde gerade, äh, etwas destroyed, so gefühlsmäßig. Ähm... Wo soll ich denn die ganzen Bäume abfällen? Soll ich, äh... Ich glaub dir ist besser... Äh, Bäume mit verschiedenen Laubsorten eher weiter weg oder eher näher dran haben? Gute Frage. Ja. Ja, wow. Mit guter Frage kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Und davon abgesehen, dass es schon wieder dunkel wird. Ich hör's jetzt auf einmal wieder... Also, dass diese Welt irgendwie die Farben wechselt, so richtig... Es ist... Es ist... Es ist doof, irgendwie. Aber für die, die da... Das, äh... Ne, warte. Das ist schon ewig hier gewesen. Ach, wie schön. Ich bin jetzt an der Küste angeguckt. Oh, das passt wunderbar mit der Musik gerade. Oh, toll. Ähm... Ähm... Mist. Ich geh da einfach mal hoch, äh... Und schau, wo ich hinkomme. Warte mal, du hast zwei Parts. Hä, hä? Wie? Gute, du hast Part 107 und Part 105. Braucht 20 Stunden hoch, glaub? Ja. Ich bin verwirrt. Warte. Ich glaub, da ist... Hat irgendwas nicht so ganz hingehauen. Ja, ich glaub auch. Hä? Warte, 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 warte. Upload. Alle Anzeigen. Alle Anzeigen, ja? Hier hast du Part 100. Part 101, Part 102, Part 103, Part 104, Part 106, Part 107, Part 105. Ach so, ja. Weil da hat's beim Hochland uns ein paar Probleme gegeben. Das... Das, äh... YouTube mir die Reihenfolge der Uploads voll durcheinander geschmissen hat. Ey, wie lange hast du denn dafür hochgeladen? Bei mir dauert halt echt schon so ein 6... Also das Video, was ich jetzt hochgeladen hab, das hat zweieinhalb Stunden gedauert. Oh, es kommt hin. Sag mal, wie zum Teufel, wie weit bin ich denn schon gelaufen in dieser Welt? Ich hab immer noch andere Freunde. Hier wird eine Facebook-Seite vorgeschlagen zu liken. Ach, wie süß. Kill Witches, get Bitches. Wow. Warte, was? Wieso wird der sowas vorges... Wir wird auch... Noll, ich bin grad an einer alten Creeper-Explosion vorbeigelaufen. Hier wird auch angezeigt, dass ich die Bravo leiten soll. Also... Äh... Okay. Das würde mir Angst machen. Ähm... Also die Suche nach neuen Gefilden mit schönen... Also mit anderen Bäumen, die gestaltet sich irgendwie... Etwas... Schwierig. Ich bin jetzt an einem Ozean angekommen. Soll ich den mal überqueren? Ich mein, ich bin eigentlich nur auf der Suche... Was? Ich sag, wenn's Boote gibt. Äh... Ich denke schon. Die sind doch... Den gab's ja schon relativ am Anfang, oder? Let's try! Es gibt Boote. Oh Gott. Oh, hei, hei, hei. Oh, da drüben gibt's die da... Oh! Ach du Scheiße! Nein! Was denn? Was? Was? Oh, meinst du diese berühmten senkrechten Felswände? Äh... Wo diese Welt halt anders brennt, ne? Oh, ja... Äh... Ich... Voll am Ozean auf einmal so ne 50-block-hohe-Wand. Oh Gott, also die Bootssteuerung ist aber echt gewöhnungsbedürftig. und langsam hat einer sein handy mit pokémon go offen gelassen und das einfach so auf so ein staubsauger motor dickster so hochgepackt so das ist ein staubsauger drohne das ist echt lustig ich habe schon ein paar leute gesehen die mit einer drohne pokémon go gespielt haben das sind welches beispiel ich weiß nicht wo es war irgendwo in neuseeland sind die mit einem kanu ins meer weil der wand war eine arena im meer und haben die drohne mit gehabt mit der drohne gefilmt und pokémon go gespielt im meer alles klar gibt es bestimmt schön unter wasser pokémon so ja haben sehr viele ich weiß die deutschen namen von denen nicht aber die 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 blauen mit den tentakeln und ich glaube die haben sich roten akzente drin ich könnte mir wird mitnehmen soll ich mir wirken holen tut dies ich hätte aber ich ganz gerne lieber fichten ich suche nämlich einen fichten waldbiom och ne sagt nicht davor das ist eine wüste das wäre natürlich auch cool ich hoffe ich weiß mein steam namen noch siehst du nicht nehmen warte ich kann ich hab ihr du heißt einfach lemon l m i n ok das wird dunkel na ja mir geht es ja um den wirklichen steam steam akkord ach so ja okay gut das weiß ich nicht da habe ich ehrlich gesagt auch keine ahnung ich hab's easy peasy reingehackt habe ich mich ich habe keine spiele mehr installiert toll also landschaftlich sieht das hier schon sehr cool aus definitiv oh nice gut ich wollte eigentlich holz wählen und das was ich suche finde ich gerade irgendwie gar nicht das ist mir etwas auch zu weit weg fast schon eigentlich gibt es irgendwelche trash games kostenlose trash games mit sicherheit ansonsten ich glaube was auch total lustig wäre wäre lethal league ich weiß nicht wie man das ausspricht oh gott ist alter man sieht halt einfach mal nichts kann man die helligkeit höher stellen sehr gut da vorne ist lava das cola hier ist eisen das nehmen wir mal mit wasch kurs klingt doch gut in der stuhr sind die müssen klar ja natürlich nicht um bist du denn so leise ich lege mir gerade etwas durch auf dem Modell Pferde Forum es gibt am Modell Pferde Forum natürlich gibt es ein Modell Pferde Forum Lehm hier ist Lehm also das ist eine Seltenheit in diesen Minecraft Versionen es gibt quasi nirgendswo Lehm erst eine Steinschaufel machen und diese Schaufel erstmal wegschmeiß Happy Wars fürchterlich ich finde das klingt mir sicher nach sehr viel Spaß es wird halt ein Trash Game sein Online Tactical Stickman Combat und das klingt aber wirklich nach Little League Machine Craft Early Access ne direkt weg damit ah wieso releasen die sowas das verstehe ich nicht ich würde mir nie eine Early Access holen es gibt ein paar Sachen wo sich wahrscheinlich rentiert also ich glaube bei Minecraft hätte sich das auf jeden Fall rentiert aber hier ist ein kostenlos spielbar Erotik Anime Vision Novel Game How about No kennst du dieses komische Spiel wo du die Tauben datest ich glaube alter man sieht in den Aufnahmen halt echt nichts Holly du musst dieses Taubendating Spiel spielen ich weiß nicht aber dieses Spiel gibt es ich weiß nicht mehr wie es heißt aber du kannst verdammte Tauben daten ich kann das wieso will man sowas ich weiß es nicht aber hey das ist doch bestimmt irgend so ein Fetisch Spooky Spooky Jump Scare Menschen ich bin in der Zeit meiner Wüste auf weil durch den Sand sieht man zumindest ein bisschen was Prozent Oh Gott Oh Gott Oh Gott wo renne ich nur hin ich will nach Hause wenn ich bedenke ich mir um Uwe es kommt nicht das klingt nicht schlecht wenn ich schon mal bedenken dass ich diesen ganzen Wege nachher wieder zurückkennen muss ähm Cards and Cards Battle Stick ähm nö ich glaube ich komme definitiv nicht zu einem Viome wo ich hin will ja so habe ich zumindest gerade das Gefühl und steht schon hell am Horizonte äh was soll ich noch immer den Lieblings davon schicken ich habe drüber nachgedacht mit das Spiel zu kaufen warte wo ist der Chat mit dir da ist der Chat guck dir das an das sieht niedlich aus bitte es wird man spielt sich aber in einer Nachricht ähm war nicht in dem Chat dass er zum Glück die Wand findet ähm ja gut das sieht aber gut aus ich will ja ein trashiges Spiel ja es ist doch gut ich glaube ich kann das aufgeben mit äh der Suche nach Fichten ich glaube ich nehme einfach mal Eichen toll ich bin jetzt äh 20 Minuten sinnlos in eine Richtung gelaufen kann man mal machen wow also man wird das wahrscheinlich überhaupt nichts mehr sehen Indie Action Strategie RPG Gelegenheit Simulation MMO Mehrspieler Sport Rennspiel Guter Soundtrack Atmosphärisch ja was will ich davon anklicken ich will was witziges Abenteuer wow was für eine Höhle ich glaube ich crafte mir ein Boot und fahre einfach tauernd übers Wasser Downloaded ist im Hintergrund schon weit das ist doch nicht fertig das hat jetzt irgendeinen Fehler gemacht ne das kann ich nicht genau sagen das ist doch nicht melting das ist já ich finde Quan hast du w ö w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020